herzlich willkommen liebe zuschauer zum dax check heute am mittwoch gestern hat mir darüber philosophiert eine neue long position eventuell im dax einzugehen dieses szenario hat sich jetzt vorerst mal erledigt wobei es ist ja immer besser wenn man weiter unten billiger einkauft sie sehen der dax weit von dieser 13 5 entfernt die wir gestern zeitweise gesehen hatten bei 13 130 aber das gute ist der abwärtstrend ist jetzt heute morgen nicht so dramatisch wie man das vielleicht erwartet hat wir blicken mal auf die börsen was gestern die inflationsdaten in den usa so angerichtet hatten hier ein überblick bei von blomberg gestern minus vier prozent der dow die der s&p 500 sogar minus 4,3 nasdaq composite sogar über fünf prozent beim nasdaq 100 waren sogar fünfeinhalb auch in asien ging es natürlich dann heute morgen mit allen indizes stark nach unten und das war gestern der dax minus 213 zähler wie gesagt wir waren zeitweise über 13 5 doch dann kamen eben die inflationsdaten die das zinsgespenst nicht vertreiben konnten und heute kommen die nächsten konjunkturdaten aus den usa die erzeugerpreise auch wieder um 14 uhr 30 davor um 11 uhr in euro aus der eurozone die industrieproduktion dass hier keine steigerung zu erwarten ist dürfte eben klar sein minus ein prozent sind da die erwartungen und die erzeugerpreise gerade im bereich der nahrungsmittel sollen aber leicht zurückgehen so die erwartungen minus 0,1 prozent schauen wir uns das ganze im chart an hier sehr schön zu sehen der ausbruchsversuch über die 13 1500 gestern dann eben abgebrochen das ganze wir sind wieder unter die 50 tage linie gefallen die im bereich ja 13 2 etwa liegt und jetzt haben wir öffnet im bereich des gaps 13 1 20 bis 13 1 75 also da sind wir reingelaufen klar jetzt gilt dass wir hier die 13.000 nicht unterschreiten optimal wäre wenn wir dieses gap schließen und dann so langsam uns wieder nach vorne kämpfen kämpfen ist wahrscheinlich der richtige ausdruck weil die sachlage wird natürlich jetzt umso schwerer die fed wird denn einen teufel tun und die zinsen oder die die geldpolitik jetzt lockerer lassen das glaubt mittlerweile keiner die erwartungshaltung für die in der nächsten woche stattfindende fedsitzung ist so die meisten teilnehmer rechnen mit 75 basis punkte also einen zinsschritt nach oben um 75 basis punkte 19 prozent so die wahrscheinlichkeit rechnet mit einem anstieg sogar um einen vollen prozentpunkt hier noch mal der längerfristige chart wobei der im moment relativ wenig aussagekräftig ist wir sind bei 13 1 5 60 stimmt ein 13 1 60 so meinix stimmt einen eigentlich ja etwas positiv nach den vorgaben dass es jetzt mal nicht weiter durchrauscht aber ich glaube dass die erzeuger preise heute nachmittag schon wieder einfluss nehmen werden in großbritannien gab es heute morgen auch inflationsdaten dort im august 9,9 prozent immerhin einen tick oder 0,1 prozent geringer als erwartet also von daher kann man das als strohhalm vielleicht sehen das thema longposition hat sich vor den daten heute nachmittag erst mal erledigt muss man mal abwarten wie die ausfallen ich wünsche ihnen trotzdem gute kurse und würde mich freuen wenn sie morgen wieder einschalten tschüss bis dahin